Hallihallo, liebe Leute. Heute ist wieder Krieg oder um mit meinen Worten zu sprechen, it's wartime, bitches. Das heißt also, ich habe mal gestern schon reingeguckt, wie sieht der Stand der Dinge aus. Myxophobie hat ja auch schon ein Video gedreht. Wir haben noch eine Stunde 26 übrig und es steht 3870 zu 4914. Das heißt, rein theoretisch betrachtet haben wir den Krieg verloren. Denn der Unterschied war bis eben noch zehn Flaggen, jetzt ist er neun und es sind sogar mehr geworden, 1100, naja, 1000 und paar zerquetschte. So, das heißt also, bei neun mal 70 Flaggen sind das maximal 630 Punkte, die wir kriegen können. Aber hey, wie auch immer. Ich sehe, Baby Arsch verspielt jetzt seine Flaggen. Jule macht es auch gleich. Und wir werden auch unseren Anteil leisten. nicht unsere favorisierte Auswahl. Aber wir müssen es irgendwie versuchen. Los geht's. Ich habe kein gutes Gefühl, aber wir müssen mit dem leben, was übrig ist. Wir können uns das nicht immer aussuchen. Ja, sagen wir einfach, mein Gefühl hat sich nicht bestätigt. Ähm, fangen wir an. Fangen wir an. Hoppala. Okay, aus dem Grund hat er sich, habe ich mich jetzt verklickt? Hat er sich verklickt? Hm. Hm, 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 hm. Das ist natürlich ärgerlich, wenn das nicht Teil des Plans ist. Wie, das, Carly, bei dir? So, dass auch einfach nichts nachkommt, wenn man jetzt die Heilung einsetzt. Okay, das passt doch super. Das tangiert unseren Tarlack herzlich wenig. Warten wir mal ab, wie es aussieht. Und dann beenden wir es. Das liefert doch besser als gedacht. So, jetzt werden wir, gucken wir, wie viele Punkte gibt es hier, 49. Jetzt werden wir einfach noch kurz pausieren und warten, weil entweder Jule oder BBA wird sich den letzten vorknüpfen und Jule hat ihn besiegt.